Die Bürste, die dreht sich und es ist so ein Gang, der Motor ist bürstenlos, das heißt er ist verschleißfrei, so gut wie verschleißfrei, erstaunt und hier auch wieder die LED-Technik und ein tolles Qml-Behälter, wann ist er voll, was sie nicht mehr ins Dreckwasser reinstecken, das ist hier richtig schön bequem auch zu Hause, ohne polieren sie einfach, es ist im Clou auch mal in der Küche einfach wegen dem Fall, das ist doch im Alltag. Nein, ja für 10 Euro, es ist natürlich ein Schnäppchen-Vorschrank, hängt einfach mal die täglichen Notizen, bitte mal aufhören.